So nach recht langer VOT Pause gibt es das nach, ich meine nach Monaten, nach Jahren oder was weiß ich für langer Zeit mal wieder ein VOT Commentary, ich habe das ja damals wirklich super regelmäßig gemacht, das war sogar, ich glaube mein nee nicht mein erstes, mein zweites Video glaube ich war es auf YouTube, was ich jemals geuploadet habe, war ein VOT Video beziehungsweise ich glaube streng genommen war es eigentlich sogar das erste und ja, rein theoretisch ist auf meinem Channel sogar am meisten Engagement bei VOT Videos ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich echte Zuschauer sind oder nur Bots, deswegen ja okay, wir sind auf alle Fälle im Standard B und in dieser Runde machen wir 6000 Schaden ist jetzt nicht einfach irgendeine kleine Abfarmrunde, wo man jetzt irgendwie als 9er bei 7ern ist oder so sondern man sind halt hier bei 9ern und 10ern, also quasi in Anführungsstrichen im T11 Gefecht und, also haben wir früher zumindest gesagt, keine Ahnung ob das noch aktuell ist und ja, das Ding ist vollkommen ausgebaut, beste Motor, beste Ketten oder war es der zweite beste Motor, ich bin mir gar nicht sicher vielleicht, nee, ich glaube es war der beste Motor, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es war der beste ja, zuallererst dachte ich mir mal so ein bisschen, wir schauen uns erstmal an, was hier passiert das sind viele Heavys da, das heißt, ähm, die werden natürlich da hinten crossen, wo kann man im Haus ist hier so, sieht man nicht, schade, ähm, und Leopard PTA hat geschrieben, I will spot ich hatte keine Ahnung, ob das ein guter oder schlechter Spieler ist, ähm, allerdings wenn man sich jetzt dahinter fährt dann macht natürlich alles auf, was da kommt und ich meine, wir sind Autoloader, ähm, und unsere einzige Aufgabe ist es einfach nur Leute zu zerstören, die Fehler machen oder einfach gespottet werden ich versuche natürlich meinen Schuss sehr weise zu nutzen und möglichst auch nicht den letzten Schuss zu nutzen wenn es geht, äh, weil er natürlich super lang zum Nachladen braucht ihr wisst es ja, der letzte Schuss braucht am wenigsten, also am kürzesten der zweite, am zweitkürzesten und der dritte am längsten und genau, hier, wenn es sich natürlich die Möglichkeit gibt rein damit, 62 Penn mit dem Ding, da trifft es auch mit ab jetzt eher über 500 Meter, äh, bei einem E100 ohne Probleme durch und die, äh, das Game läuft nicht mal zwei Minuten wir haben schon 1500 Schaden gemacht wir wurden nicht mal gespottet, äh, äh, bisher okay, das nehme ich zurück beziehungsweise ich glaube ich ich bin mir nicht sicher, aber ich denke es war ein Blindshot weil ich habe nämlich kein, äh, Ding gesehen oder hab den sechsten Sinn gerade übersehen bin mir nicht sicher ähm, ja bisher gut gelaufen ähm, es sind ein paar Heavies da nicht gespottet wurden bin mir nicht ganz sicher, ob die nochmal aufgangen sind aber, natürlich ist da hinten auch was los ähm, drei Mediums und, äh, uns scheinen gerade so ein bisschen Probleme dazu haben hier macht mich irgendwas auf ich denke mal, da stand einfach was in diesem Busch da hinten ähm, wo ich jetzt gerade hinschaue hier genau ähm, allerdings hat nichts geschossen und ich war mir nicht ganz sicher, was mich aufmacht hat ich meine, es gibt keinen, keinen Light Tank ähm, und die meisten Mediums waren zu diesem Zeitpunkt eigentlich gespottet deswegen war ich ein bisschen verwirrt aber ich denke, dass da einfach irgendein Medium da drin stand und sich gedacht hat, ich schieße nicht ich warte einfach, bis jemand anders drauf schießt konnte ja keiner drauf schießen, deswegen war es useless hätte auch schießen können genau, da ist eine Steuerung ähm, kann ich nicht treffen aber hier links geht ein bisschen Action ab das Gota ist fast down der, das Objekt pusht scheinbar ziemlich hart rein ich weiß jetzt nicht genau, warum man mit einem Objekt gegen drei Leute reinpushen würde das ist halt einfach dumm kann nicht funktionieren ging halt dann wieder zu keine Ahnung ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen ähm, hier sehe ich schon am X rumpushen und ich meine, ich war hier eigentlich gespottet und halt in einem Autoloader den Rücken zu drehen ist halt wirklich schon auch dumm muss man ganz ehrlich sagen und ich dachte mir so, ja erstmal einen Schuss rein versenken dann nochmal einen Trackshot hinterher und idealerweise nochmal einen rein hat leider nicht gereicht aber ich meine, zwei Schüsse versenkt wir sind bei 2,3k Schaden wir haben bisher einfach nur Selbstschaden genommen und es gibt am bestenfalls noch eine Artie die uns aktuell gefährlich werden kann sonst stehen wir ja recht safe eigentlich und die werden natürlich jetzt versuchen uns irgendwie so ein bisschen zu outplayen mit der Artie zum Beispiel ich weiß auch nicht, was mit diesem AMX da los war der, keine Ahnung der T54 dachte sich wahrscheinlich so, jo der ist beschäftigt mit dem AMX den gebe ich einen Shot und vielleicht noch einen ja und damit dann zurück zur Garage genau, natürlich erstmal reloaden und man muss natürlich das dazu sagen ein Schuss ist natürlich ausreichend für den Typen zwei wäre natürlich ideal einfach um sicher zu gehen ich meine das Ding ist aus Butter deswegen kann man vorpushen und weil ich mir schon gedacht habe, dass ich nicht erwarte dass dann ein bisschen Zeug im Gegend steht dachte ich mir, okay, rein damit reinpushen und den einfach ja, überraschen wir haben vorgesehen, es war kein guter Spieler deswegen einfach rein und raus damit okay, wir haben bisher zwei Kills gemacht wir haben schon 3,3 Karschaden was bisher jetzt schon echt eine richtig gute Runde wäre oder, naja nicht richtig gut, aber schon eine sehr ordentliche Runde zumindest hier wollte ich nichts spotten hier wollte ich generell mal durchfahren und hatte natürlich jetzt noch den Sinn dass der 1 zu 1 bisher nicht gespottet wurde ich dachte mir allerdings, ich habe noch ein bisschen HP ich kann eventuell einen Schuss vertragen und ich stand auch dann da oben habe ich mir schon gedacht hier mal schöner einen rein dann noch mal einen Trackshot oder auch nicht jetzt ein Trackshot vielleicht immer noch keiner drei kritische Treffe habe ich hier getroffen ich weiß nicht, was man bei der Steuerung alles treffen kann ich habe ihn einfach komplett zerstört und ihr seht auch hier, ich werde nicht gespottet weil ich weiß nicht, wie wenig Sichtweite dieser 121 hat die Steuerung kann mich wahrscheinlich nicht spotten, weil ich zu weit weg bin aber der 121 hätte mich ja nicht spotten können aber wahrscheinlich super schlechte Crew kein kein gar nix ist einfach drin, was Spotting hilft und ja genau hier nochmal kritischen Treffer diesmal getrackt wir haben schon 5,1k Schaden und ich meine ihr seht wir fahren einfach nur dieses Tanzhalten mit dem Auto ist halt wirklich super wichtig und meiner Meinung nach auch wirklich entscheidend für den Sieg ich will auf das Ding nicht oder ich will mit dem Ding nicht auf die Frontplatte schießen das ist nicht so geil mit dem Teil deswegen habe ich gewartet bis sich das Ding dreht hat und ich hatte es auch nicht drauf geschossen und hatte mir jetzt die Front gezeigt einfach gewartet und hat eben gar nicht geschossen je nachdem und dann ist ein Skoda ja ähm hier muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein das Ding lädt schnell nachher sehe ich und ich will natürlich jetzt auch hier keinen Burst fangen von dem weil der kann mich locker rausnehmen das ist ein 10er Skoda glaube ich oder? ne neuner ist es neuner ist es er hat sich dann eh schon einen Artie-Hit gefangen und hat sich einen E75-Grad gesnackt nach ziemlich kurzer Zeit hier Großkaliber dann noch einen Artie Schuss reinrammen und das war es im Prinzip ja also 5.950 Schaden ähm man sieht's äh dieses Ding ist wirklich ein unglaublich krasser Panzer ich meine der Broschetto 65 ist wirklich ultra nice ich habe noch nicht aber ich weiß dass er ziemlich dass er ziemlich geil spielt ähm und allein dieses Ding hier es ist halt einfach ein Broschetto 46 auf äh auf T9 also wirklich in jeder Hinsicht er hat mehr er hat mehr Damage er hat mehr Alpha Schaden er hat mehr DPM er hat mehr Durchschlag und von der Geschwindigkeit her ungefähr gleich vielleicht ein Tick langsamer aber ähm ja wenn man auch ein bisschen auf Tarnung geht und äh sich eine Tarnung draufmalt und so er ist er ist er ist ein kleiner Leopard er ist ein kleiner Leopard er ist ein kleiner Leopard PTA gefühlt es ist einfach ein Leopard PTA mit Autoloader kann man sagen klar keine Panzerung nicht mehr annähernd aber es ist einfach wirklich ein Leopard mit Autoloader und klar hat er keine 420 Alpha aber diese 360 Alpha womit er gleich auf mit dem STB1 ist ist wirklich krass also ich bin der Meinung und ich glaub da braucht man sich nicht drüber streiten der Standard B ist der overpoweredste oder der sagen wir nicht overpowered ich mein overpowered direkt ist er nicht Autoloader sind einfach generell in bestimmten Situationen extrem stark ähm was jetzt nicht generell overpowered macht aber wenn man halt eben die Situation richtig oder wenn man die Situationen kennt in denen die Autoloader stark sind und die halt dann eben nutzt und halt eben in diese äh diese Position eben fährt wo man halt eben dann diese Stärken ausnutzen kann ähm dann ist es natürlich schon echt äh ja eine ziemlich krasse Sache also dann wenn man es weiß sind Autoloader OP also angenommen man hat es wirklich Map Kenntnisse für jede Map von jeder Position aus also egal ob jetzt äh das spawn oben oder spawn unten ähm dann ist dieses Ding wirklich ein Biest ein absolutes Monster und ich mein ihr habt es gesehen einfach irgendwo ein bisschen peaken mal wenn einer mal vielleicht sogar mal einen Schuss tanken oder so ich mein ihr könnt da traden ich mein dieses Ding lädt zwischen den Schüssen ich glaub zwei ne zweieinhalb oder drei Sekunden nach das heißt äh ihr könnt drei Schüsse in sagen wir mal vier bisschen über vier äh in sechs bisschen über sechs Sekunden rausballern ähm klar den ersten Schuss muss natürlich der A-Man und so aber sagen wir mal selbst sieben Sekunden damit kannst du wahrscheinlich sogar den T-54 rausnehmen ohne dass der seinen zweiten Schuss rauskriegt du gibst ihm drei er gibt ja vielleicht keinen einzigen und beim Heavy ist es natürlich noch krasser also wenn du es da halt irgendwie weiß ich nicht irgendeinem Heavy hast mit mit nicht so guter DPM oder so vielleicht ein Premium Panzer mit nicht so guter DPM fährst vor und du zerlegst ihn einfach ich mein das sind 3x63 Schaden das ist einfach wirklich über tausend Schaden was du mit einem Clip machst und das ist halt wirklich pure Zerstörung und wenn jemand einen Fehler macht du triffst vielleicht einen Trackshot delete das einfach weg der kann direkt zurück in die Garage gehen und das ist halt wirklich heftig also es ist einfach schön weil es einfach den Panzer ist welcher dann wirklich keine Fehler zulässt von den Gegnern vor allem selbst vergibt er auch jetzt nicht so hundertprozentig Fehler wie gesagt Panzerung ist halt eben nicht da und er ist jetzt auch nicht der allerschnellste er ist kein ja vielleicht vergleichbar mit einem PTA also mit einem Leopard PTA halt so einen Ticken langsamer und aber ansonsten ist er halt schon echt auf alle Fälle einer schnellerer und ähm vom Potenzial her vom Potenzial her der krasseste 9er meiner Meinung nach also wenn du wirklich auf T9 statt padden willst dann ist das Standard B einfach der der Go-To-Panzer meiner Meinung nach ja ansonsten danke fürs Zuschauen äh schreib mir unbedingt mal ein paar Kommentare ich habe nämlich keine Ahnung ob das ganze hier momentan gut ankommt und nicht wie gesagt nach 2-3 Jahren VOT Pause auf YouTube zumindest jetzt wieder anfangen WOT Videos abzuladen keine Ahnung schreib mir irgendwas und gib mir einfach irgendwie gib mir irgendwelche Lebenszeichen oder so dazu hat